Du hörst den Hüttengrundfunk, den Auhagen-Podcast mit Marco Franke und Markus Hillig. Herzlich willkommen zur Folge Nummer 6 des Hüttengrundfunks, hier live aus Marienberg aus dem Hüttengrund im Auhagen-Archiv. Kann man das so sagen? Nein, nein, das ist nicht das Archiv. Das ist unser Teils-Reklamationszimmer mit unseren Apozessen, nur ein paar Teile, die wir vorrätig haben. Ansonsten haben wir die Musterkästen noch hier stehen. Also Archiv ist es nicht. Naja, bis vor drei Stunden saß eigentlich aus Wien-Archiv. Ja, das kommt da, wenn du gerade mal ein bisschen umräumst, brauchst du Platz. Und wo Platz ist, wird was hingestellt, das ist so. Ja, dort wo ich jetzt sitze, waren wir vor Tausende Ordner oder so. Also es war voll hier. Ja, aber worum geht es heute eigentlich? Wir sprechen heute ein bisschen über Seminar. Da war nämlich jetzt Seminarwoche. War ein bisschen was Besonderes, weil wir einen Kooperationspartner diesmal hatten. Dann sprechen wir über was wir für Neue bei uns in den Shop reingenommen haben. Ja. Und ganz am Ende haben wir noch einen Interviewpartner. Und zwar wird es die Firma Herpa sein. Also seid gespannt und unbedingt bis zum Ende dranbleiben. Ja. Ja, unbedingt. Ja, Seminarwoche ist jetzt vorbei. Lief richtig gut. Du warst ja ab und zu mal im Seminarraum. Erzähl mal. Genau. Ich nehme mir das natürlich immer gerne mal die Zeit und gucke da mal rein, was so gebaut wird. Und bin immer wieder fasziniert, was von einem vorgegebenen Thema, alle haben das gleiche Thema als Vorgabe, haben das gleiche Material. Und wie viele verschiedene Produkte dann letzten Endes rauskommen. Also nicht verschiedene Produkte, aber jeder macht die Alterung etwas, jeder macht die Gestaltung von den, sagen wir mal, die renovierungsbedürftigen Gebäude, die zerfallenden Sachen ein bisschen anders. Und es war jetzt im Mai, wir hatten quasi zwei Seminare, einmal von Montag bis Mittwoch und dann gab es noch mal eins von Freitag bis Sonntag. Waren beide ausverkauft. Ja. Und ja, du hast ja schon angekündigt, die Besonderheit diesmal, wir hatten einen Kooperationspartner. Wir haben hier Material von der Firma Preiser dabei gehabt. Genau. Und es gab halt ein Stadthaus, was in Renovierung war, mit einem offenen Dachstuhl und das Gebälk wurde dort auch mit Echtholz quasi nachgestellt. Und nicht mich mit unseren Kunststoffteilen, was zum einen eine Herausforderung ist für unsere Kunden, für die Modellbauer. Richtig. Woran man aber auch sehen kann, dass man verschiedene Materialien miteinander kombinieren kann. Bloß weil wir jetzt sehr viele Kunststoffbausätze anbieten, heißt das ja nicht, dass das nur das sein muss, sondern in Kombination auch mit Lasercut kann man aus meiner Sicht auch die besten Ergebnisse erzielen. Und wir werden natürlich bei unseren Produkten immer zusehen, dass wir das so miteinander kombinieren, dass es wirtschaftlich natürlich irgendwo für alle Beteiligten einen Sinn macht, aber dass natürlich auch für das Produkt das Beste rauskommt. Ja, diese Kombination mit Echtholz macht sowieso immer Sinn, das sieht genial aus. Und Sie haben es ja dort in dem Dachstuhl angedeutet mit dem Gebälk. Und dann hat man ja dieses Gerüst war dabei. Genau, es gab halt dann ein Gerüst so. Genau. Das hatten wir halt von der Firma Preiser. Und die Figuren. Die Figuren gab es ein paar dazu. Die mussten aber angemalt werden. Es gab welche, die mussten angemalt werden. Und wir haben ja bei uns im Sortiment auch Figuren, die angemalt werden mussten. Und dann kann man dazu einfach nochmal ein paar Tipps geben und einfach Hinweise, wie kann man das am besten machen. Und das kommt immer ganz gut an. Also für alle, die gerne mal was dazulernen wollen, unsere Seminare sind dafür sehr, sehr gut geeignet. Für jetzt von Herbst. Die Seminare sind zwar alle ausgebucht. Genau. Es gab, glaube ich, noch ein paar einzelne Netze. Nee, nee, war inzwischen alles weg. Aber wir werden im Herbst auf jeden Fall die Termine für nächstes Jahr dann wieder bekannt geben. Und da einfach, ja, schnell sein lohnt sich. Ja, also generell geht, wer teilen will, muss einfach schnell sein. Das ist wirklich so, dass die Termine relativ schnell weg sind. Ja. Muss man halt leider so sagen. Ja, aber wir machen es so, wir geben die Termine bekannt, wann welches Seminar ist. Und eine Woche später können die erst gebucht werden, sodass wirklich jeder abklären kann, bin ich wirklich zu dem Termin da, klappt das mit dem Urlaub, ich kann mal nachfragen, kann ich da Urlaub einreichen, funktioniert das. Dass wir einfach die Chance einfach jeden geben, sich dann dort anzumelden. Wir geben dann auch die Uhrzeit bekannt. Entschuldigung, ab wann das buchbar ist. Und ja, aber da muss man halt dann natürlich dann schnell sein. Ja, ja, das ist auch so ein Learning, was wir die letzten Jahre hatten. Ja. Weil das sonst überhaupt nicht funktioniert hat. Was ist so jetzt, dieses Mitte dieser Woche, das ist schon ganz praktisch. Ja, und ich bin ja gerade so, hab so ein bisschen versucht, die Überleitung zu machen von, wir müssen unsere Figuren anmalen. Ja. Und die muss man ja mit Werkzeug anmalen, mit Pinseln. Ja. Und wir haben ja jetzt eine neue Kategorie in unserem Online-Shop. Oder die kommt jetzt im Sommer. Das ist ab Juli, Ende Juli mit den Neuheiten. Ja. Genau, richtig. Erzähl mal, was das sein wird. Ja, ganz klar, Pinsel. Wir haben einfach uns umgeschaut und die Pinsel, die es so, die einfache Pinsel, die es so gab, hat es uns nicht ganz so gefallen. Und wir haben jetzt einen Hersteller gefunden, bei dem wir die Pinsel produzieren lassen können. Sitzt in Deutschland, made in Germany, so wie alle unsere Produkte. Da legt man natürlich sehr viel Wert drauf. Und wir haben jetzt einfach verschiedene Pinsel mal auch in dem letzten Seminar testen lassen. Daher auch wieder die Verbindung mit den Figuren, mit den Anmalen. Und die Teilnehmer vom Seminar, die waren sehr, sehr begeistert von den Pinseln. Wir hatten sie jetzt hier schon in unserem stationären Shop. Genau. Und viele haben sie dann probiert und die ersten Resonanzen waren alle durchgängig positiv. Und von daher wollen wir das natürlich allen zur Verfügung stellen. Und selbstverständlich auch den Fachhandel, sodass ihr das bei euch im Fachhandel kaufen könnt. Ihr könnt es bei uns im Online-Shop kaufen, könnt es stationär kaufen. Und wir starten jetzt mit dem Grundsortiment an Pinseln. Und werden das natürlich sukzessive immer weiter ausbauen, weil es gibt immer so ein paar spezielle Sachen, die man da, sagen wir mal, eine spezielle Pinsel braucht. Aber was jetzt das besonders Gute ist bei den Pinseln, worauf es denn so ein bisschen ankommt, da kannst du jetzt ja eher mal was dazu sagen, weil du hast die ja schon mal getestet auch. Genau. Also wir haben erstmal einen Grundbestand genommen, um erstmal zu gucken, das deckt so ein bisschen die breite Palette ab. Genau. Aber es kann natürlich sein, dass sich da noch Bedürfnisse entwickeln, die wir dann natürlich auch abdecken. So ist es. Also ich will es auch nochmal hervorheben, also die Pinsel sind von dem Hersteller aus Deutschland. Ganz, ganz wichtiger Punkt für uns. Und was die Pinsel so besonders macht, die sind total formstabil. Das heißt, du kannst extrem präzise damit arbeiten. Du hast ein Synthetika für die kleineren und flachen Pinsel. Und dann haben wir noch, und das ist was total Cooles, weil sonst nimmt man dafür einen alten abgeranzten Pinsel, für das Dry-Brushing. Um einfach Kanten hervorzuheben. Und da haben wir einen ganz speziellen Pinsel aus Ziegenhaar. Und ja, der ist ein richtiger Treiberspinsel. Der ist auf jeden Fall besser wie die alten abgeranzten. Ja, ja, definitiv. Da liegen Welten dazwischen. Ja. Und die Pinsel sind bei uns als einzelner Pinsel erhältlich, aber sollen auch als Set angeboten werden. Genau, es gibt natürlich auch ein Set. Ja. Da hat man das dann gleich mal alles zusammen, was man so braucht. Ja, wird genial. Also ich freue mich drauf, auch wenn wir die nächsten Sorten dann dazunehmen, bin ich schon ganz hyped. Naja, und jetzt wieder Ihrem Podcast. Ihr habt diese Information jetzt als erstes. Richtig. Ihr habt sie schon mal gehört. Wir werden die Sachen dann so peu a peu überall bekannt geben, werden den Fachhandel informieren und wir werden die Pinsel dann das erste Mal mit ausliefern, wenn wir unsere Juli-Neuheiten ausliefern. Also geplant ist jetzt die letzte Juli-Woche. Wenn dann so alles fertig ist, da gibt es noch ein paar Überraschungs-Neuheiten dazu. Stimmt. Da reden wir dann beim nächsten Mal drüber, wenn ich wirklich sicher bin, dass auch alles so da ist. Genau. Aber wie gesagt, ab Ende Juli könnt ihr dann da auch bei uns die Pinsel erhalten. Ich halte mich heute noch extra ein bisschen zurück, um Markus Neuheiten aus der Nase zu ziehen. Ja, ja, das machst du ja auch. Mit dem Tag der öffnen Tür, das war schon gefährlich. Ja, und es gibt eigentlich noch was, was wir jetzt erzählen, was eigentlich nirgendwo angekündigt worden ist. Nämlich ein Event, wo wir in diesem Monat noch sein werden. Genau. Und zwar am Ende des Monats. Wir werden bei der Firma Herpa zu Gast sein beim Tag der öffnen Tür. Ja. Die haben ein 75-jähriges Bestehen. Und Markus, dazu schalten wir jetzt einfach mal ins fränkische Dietenhof. Ich glaube, wir lassen die mal selber erzählen. Genau. Zu Christina Kaschbau und Stefan Blank von der Firma Herpa. Ich grüße euch. Hallo. Hallo, ihr beiden. Hallo, ihr zwei. Grüß euch. Ja. Na, schön, dass ihr die Zeit gefunden habt und bei uns mal im Hüt-Grundfunk einfach zu Gast seid. Und stellt euch doch ganz kurz mal vor, wer ihr seid und was ihr bei Herpa so macht. Sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die liebe Einladung. Wir freuen uns, dabei zu sein. Mein Name ist Christina Kirschbaum. Ich bin für die Abteilung Marketing bei uns im Hause zuständig. Seit 2016 auch schon dabei. Ja, und alles, was das Thema Marketing, Messen und Veranstaltungen betrifft, da darf ich mich drum kümmern. Sehr schön. Und Stefan? Ja, mein Name ist Stefan Blank. Ich bin seit einem Jahr leitender Produktmanager für den Bereich Cars & Trucks. Und ja, ich habe einen langen, langen von meinem Hintergrund. Ich habe 1994 schon meine Ausbildung hier beginnen dürfen. Und durch die lange Zeit als Assistent beim Herrn Wolf bin ich dann in seine Fußstapfen getreten. Ah, okay. Herpa wird ja jetzt sensationelle 75 Jahre alt. Ist ja eine lange, lange Zeit. Und für jemanden, der euch aber noch nicht kennt oder absoluter Neueinsteiger ist, was macht der aber eigentlich? Was macht ihr? Ja, in 75 Jahren kann man sehr, sehr viel machen. Das heißt, wir wurden 1949 in Nürnberg gegründet. Der Name Herpa leitet sich ab vom Firmengründer Wilhelm Herkenröder Patente. Und wurde dann 1961 quasi unsere eigentliche Firmengründung, ist Riva gewesen, durch Fritz Wagner, der lange Zeit Eigentümer der Herpa war. Und dann quasi Herpa aufgekauft hat und in den 60er Jahren hier nach Diedenhofen kam. Die Geschichte, also ganz am Anfang war eher kein Modell an sich, sondern eher die Peripherie der Modelle Eisenbahn. Das heißt, Streugut, Gebäude, Bäume und so weiter. Zu den eigentlichen Produkten, die wir jetzt vertreiben, das heißt Modelle oder maßstabsgetreue Modelle in H0, sind wir erst seit Ende der 70er. Das heißt, 1978, 1979 hat man auf der Spielbahnmesse in Nürnberg erstmals PKW gezeigt und 1980 die ersten LKW-Modelle. Und ja, die Modelle waren dann eigentlich so gut am Markt platziert, dass man dann Ende der 80er auch angefangen hat mit Flugzeugmodellen im Maßstab 1 zu 500 allerdings, denn 1 zu 87, da kann man nicht... Da passt nicht viel rein, ne? Ganz genau. Gleichzeitig hat sich auch das Gelände vergrößert, Neubau in der Produktion, Neubau in der Verwaltung. Und ja, Flugzeuge liefen gut. Dann hat man 1993 sogar ein erstes Motorrad gemacht in 1 zu 87. Ja, und so ging es dann weiter, hauptsächlich immer die aktuellen Fahrzeuge im Nutzfahrzeug- und PKW-Sektor. Und 1999 hat man dann unser erstes großes Fest anlässlich des 50-jährigen Herberbestehens mit dem großen Tag der offenen Tür. Und da hatten wir damals an einem sehr, sehr heißen Samstag 18.000, circa 18.000 Besucher hier in die Knoven. Das war Wahnsinn. Also wirklich aus ganz Europa. Da waren Belgier, Schweizer und so weiter da. Alle die, die eben sich nach unseren Produkten sehnten und die Möglichkeit nutzten, da auch die erste offene Produktion quasi zu sehen. Das heißt, wir haben da mit Ausnahme Konstruktion und Formenbau, ne, die waren damals sogar auch offen, konnten wir durchgehen. Also da hat man alles gezeigt. Und es gibt natürlich dem Sammler oder den Modell-Enthusiasten einen ganz anderen Hintergrund, was hier eigentlich so abläuft. Das ist wirklich echt interessant. Und ja, aus dem Anlass die 75-Jahr-Feier, da sind wir ja bei euch zum Tag der Offenbarung eingeladen. Dafür erstmal herzlichen Dank von unserer Seite, dass wir da mal vorbeischauen dürfen und uns damit präsentieren dürfen. Und ich bin echt gespannt, weil ich war ja noch nie bei euch. Und von daher finde ich das echt klasse, das mal sehen zu dürfen. Und was können die Besucher jetzt an dem jetzigen Tag der offenen Tür wieder erwarten? Es gibt bestimmt nicht nur einen Trakt zu sehen, oder? Das ist richtig. Also es gibt unfassbar viel zu sehen. Man kann da seinen Samstag komplett mit der Familie füllen. So kann man es sagen. Angefangen natürlich, wie du schon so schön gesagt hast. Unter anderem mit euch. Es gibt ein komplettes Zelt, wo verschiedene Hersteller aus der Branche da sind, sich zeigen. Das ist nicht nur Modell Baubahn, sondern auch im Flugzeugbereich haben wir da ein bisschen was da. Dass wir es schön facettenreich haben. Und natürlich auch einige Sondermodelle, Raritäten, die wir uns aus dem Archiv hochziehen, die es so eigentlich gar nicht mehr zu kaufen gibt, sage ich mal. Was Stefan auch schon erwähnt hat, natürlich die Produktionsführung oder den Rundgang, um zu sehen, wie kommt denn das kleine Modell überhaupt zustande. Man kann an manchen Stationen sogar selber Hand mit anlegen. Das ist auch ganz schön. Naja, und dann, wie du schon sagst, steht da nicht nur ein Truck, sondern ein ganzer Haufen Trucks im Original noch da, was auch ein iCat Summer ist. Ja, da haben wir einen Haupt dabei, Stefan. Da haben wir, ja, um die 40, ja, knapp über 40 vermutlich. Also vor Corona, das heißt 99, hat man 70-Jähriges da, hat der Matthias Wolf sich ins Zeug gelegt, da hat man 100 Showtrucks da. 100 Showtrucks, genau. Ist leider aufgrund verschiedenen Sachen, die sich die letzten Jahre ergeben hat, vom Platz leider nicht mehr möglich. Das heißt, da hat das Landratsamt auch nicht ganz mitgespielt. Aber, ich sag mal, die üblichen Verdächtigen aus der Schumacher-Truppe unserer Thema-Weltgeschichte, ein paar Gesukos, der Ingo Dinges kommt mit Fahrzeugen, Heide Logistik kommt mit dem Jubiläums-LKW, den wir bekleben haben lassen fürs diesjährige Jubiläum. Und ansonsten auch noch, ja, ein, zwei, drei Sachen, die wir dann auch hier extra für den Tag der offenen Tür produziert haben, die es dann auch hier erstmals als Modell zu erwerben gibt. Und, was wir auch noch als Highlighter haben, ein Strucker-Babe, und zwar, wie auch letztes Jahr schon, ja, meine Namensvetterin, die Christina Scheib, sozusagen, wird uns auch mit ihrer Anwesenheit beglücken, was natürlich auch immer eine richtige Anziehung hat. Die hat letztes Jahr eine neue Zugmaschine bekommen, die hat mir zum Sommerfest als Sattelzug gemacht. Jetzt hat sie in, ich glaube, vor drei Wochen erst eine neue Zugmaschine von M1 übernommen, ist aber noch kein Auflieger fertig. Das heißt, die Christina wird kommen mit einer Zugmaschine, vielleicht auch ein Auflieger dabei, aber bei ihr wird es noch nicht zum Modell weiterreichen. Das kommt dann irgendwann gegen Ende des Jahres, genau. Aber da habt ihr auf jeden Fall schon mal was geplant und man kann da auf jeden Fall was ankündigen. Aber das klingt wirklich sehr verlockend. Und dann natürlich, was auch dazu kommt, was ja auch immer sehr vermackhaft ist, wir haben natürlich auch genügend Essen und Trinken da. Das fränkische Essen ist ja immer hoch angesehen. Da kann man sich gut verlassen. Sehr schön. Das klingt richtig spannend, was ihr da vorhabt. Und da bedanken wir uns, dass ihr euch heute Zeit genommen habt und wünschen euch viel, viel Erfolg für die 75-Jahr-Feier, für den Tag der Offenbarung. Und wir sehen uns dann in Dietenhofen am 29.06. Genau, am 29.06. Wir freuen uns sehr, dass ihr kommt. Und freuen uns natürlich auch jetzt, Teil eures Podcasts sein zu dürfen. Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten ja beim letzten Podcast schon angekündigt, dass wir ab und zu mal jemanden einladen werden. Schön, dass ihr jetzt den Anfang gemacht habt. Mal sehen, was von euch alles kommt. Das freut uns besonders, ja. Und ja, wenn ihr wieder was habt, gebt Bescheid. Kommt euch gerne auf euch hinzu. Mega. Okay, macht's gut, ihr beiden. Danke euch. Alles klar, bis dahin. Ciao, ciao. Ja, jetzt sind wir durch. Wir haben alle Themen abgearbeitet. Und ja, du bist ja dann Ende des Monats in Dietenhofen. Genau. Also, ihr könnt mich befragen durch Löchern in Dietenhofen zu dem Fest. Ich fand's cool, dass wir jetzt immer jemanden eingeladen haben, dass das so geklappt hat. Mal sehen, was sich da so noch so weiterentwickelt. Weil wir haben ja gesagt, wir wollen ja nicht nur Auhagen-Podcast sein, sondern auch einige Themen aus der Branche ansprechen. Und gerade sowas ist dafür natürlich ideal. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Habt Spaß gemacht. Und ja, bis nächsten Monat. Genau, bis Dietenhofen. Da, genau. Oder dann eben bis nächsten Monat. Okay. Macht's gut. Jo, ciao. Ciao.